Golden Wings vs. Hauptrundenauswahl A Ja, nächste Runde hier. Aber diesmal mit anderen Spielern mit drin. Weil ich einige auswechseln musste. Und schauen wir mal, ob wir diesmal schaffen werden, weil ja, die guten Spieler werden immer weniger auf meiner Seite. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich zumindest jetzt die Challenge hier schaffe. Ich weiß nicht, wie viele noch von denen kommen, von den 50ern, muss ich dazu sagen. Einfach mal drauf schießen. Vielleicht habe ich Glück und wir triggern ihn damit. Yes, wir triggern ihn, sehr gut. Die ganze Mauer ist da. Das heißt, schnellstmöglich den Ball wieder abluchsen. Oh, der Typ hat eine Wirbelschraube, ne? Der Typ hat die Wirbelschraube, deswegen einfach mal ignorieren. 30 kostet das. Okay. So, super stampfbar. Jetzt geh aus Stoutburg. Stoutburg ist ja der Wi-Fi Charakter. Da. Oh, oh, oh. Ach, schade. Das war jetzt. Oh. Komm. Nein. Oh, zwei Tore hier. Komm ran hier. Komm ran. Muff. Ah nein. Belli hier die ganze Zeit die Bälle. Oh, zwei Tore hier. Ja. Sehr gut. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Skipper. Komm, hau ihn rein. Kaiserfinger in zwei. War knapp. Er kann... Ich glaube, er kann aktuell gerade nichts machen. Schön hochzimmern. Oder? Ne, er kann nichts. Okay. Da haben wir schon mal das 1-0. Okay. Okay. Sehr gut. War aber echt knapp. Man hat sich auch gehört, wie gespämt ich habe. Okay. Ein Tor brauchen wir noch. Am besten noch zwei. Das heißt, so schnell wie möglich wieder in Ballbesitz kommen. So schnell wie möglich. Die Rätschen. Macht er irgendwas? Oh. Broke. So gut. Schön. 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 Ja. Und auf Praller. Let's go. Let's go. Einfach drauf hier. Wir wollen die 5-0 haben hier. Let's go. Schön. Ja. Ja. So. So muss es sein. Jetzt das gleiche noch einmal. Dann haben wir 3-0. Erste Halbzeit. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Solange die heiße Phase noch nicht aktiv ist. Und das sollte ich, hätte ich glaube ich nicht sagen sollen. Die kommt wahrscheinlich jetzt. Ah. So. Holst du den Ball nochmal? Nein. Okay. Okay. Multistribbling. Schade. Aber ein guter Versuch. So. Roast. Du hast keine Chance, wenn du den Attack einsetzt. Ja. Jetzt ist. Glaube ich. Egal. Vielleicht. Coolen Dreher. Egal. Weil dafür ist er aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Das ist schon mal. Gut. Okay. Ne. Ich mach gar nichts. Weil abpfeifen wird er eh jetzt. Der Schiri. Deswegen. Da jetzt irgendwas einzusetzen wäre. Das ist Quatsch. Okay. 2-0 nur. Weil. Er kam. Ruhig. Leider. Ja. Deswegen müssen wir jetzt gucken. Dass wir jetzt irgendwie 3-0 kriegen. In der zweieinhalb Zeit. Nochmal drei Tore. Was nicht so einfach ist. Jetzt. Jetzt ärgern die mich hier. Oder was. Aber jetzt holen wir den Ball wieder. Ja komm. So. Okay. Oh. Jetzt wird's heiß. Oh shit. Skipper. So komm. Dann aktivieren wir auch. Jetzt kann er was machen. Schauen wir mal. Ob wir vielleicht so lucky sind. Ein direkter. Heiße Phase. Kreiser Pinguin. Zwei Schuss. Von Skipper. In der Hoffnung. Dass er reingeht. Ansonsten. Es sieht wahrscheinlich wieder schwarz aus. Mein Gott. Okay. Der geht schon mal rein. Er hat nichts gemacht. Macht's. Weiter vorbei. ausstallen zusätzlich also wenn die alles machen müssen hier, ne, um ein blödes 5 zu 0 zu kriegen Hammer du kannst nix machen wir holen uns den Ball wir holen uns den Ball hab ich gesagt oh, schiss oh, meine Hübelschraube ist wieder aktiv ja die Wirbelschraube ist aktiv 15 kostet das ungefähr noch ne, die so, jetzt macht er auch nochmal Wirbelschraube ja, hab ich mir schon fast gedacht ok, er macht was wir machen Kraftfeld er schießt den nur nochmal ne, wir lassen wir lassen durch wo sind die denn hier wo sind meine Leute oh, hier war ja niemand mehr oh, hier ist ja niemand mehr shit hallo, geht doch drauf geht doch drauf oh, kann, Rager, let's go wir brauchen jetzt das Tor wir brauchen jetzt das Tor heiße Phase ist vorbei nein sehr gut unsere auch, aber es ist okay unsere auch wir machen 200 Kickschuss wir brauchen jetzt das Tor und dann nach schnellstmöglich den Ball und nochmal ein Tor ja, der geht rein sehr gut puh wird das wieder eine knappe Geschichte Tor vorwärts Reimann schauen wir mal wir brauchen jetzt so schnell wie möglich ich hab keinen Langschuss, ne aber das Problem ist, die haben Blocker das wird nichts bringen sehe ich wir haben Richterspruch auf der anderen Seite äh, wahrscheinlich noch andere Sachen so so, schön, 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 schön schön egal, drauf drauf Rätschen hol den Ball kein Paul danke so, lauf lauf oh fuck der hat keine Männer okay naja der wird geblockt nein stumm ich hätte mit ich hätte mit den einen machen sollen das wäre Saver gewesen das wäre das wäre Saver gewesen jetzt habe ich mich verspielt, ne oder 200 Gig Schuss oh mein Gott bitte geh rein jetzt komm Skipper und Ruf ihr werdet es jetzt schaffen wenn er jetzt nochmal Tsunami Welle oder Tsunami Welle einsetzt und Blüte boah fühlt mich das triggern jetzt ey alter Falter war das knapp na ich hätte das war ich dachte er hätte noch TP aber habe ich nicht drauf geachtet ansonsten wäre das geil oh er hat Level Up bekommen aber naja wir haben es aber trotzdem geschafft die 5-0 nach ähm ist trotzdem drin äh das ist die Hauptsache egal wie jetzt Heidewitzka das war mega ganz gut ausgespielt aber der letzte zu der hätte etwas früher stattfinden können aber was soll's Fehler begehen ich habe es trotzdem noch geschafft Eschiri wird doch ganz gnädig gerade eben der hätte auch schon längst abpfeifen können oh mein Gott damit haben wir jetzt den Rang Esran ähm ich weiß nicht wie viele Challenge von von diesen unter 50 noch gibt ich weiß es echt nicht wir haben ja noch eine komplette Tour noch vor uns das ist es ja wir haben noch den unteren Teil von der guten ähm hier und ähm ja Retro-Trikot kriegt man hier so Skipper kann noch drin bleiben noch raus geht raus wie es aussieht ja und Demainter wird wahrscheinlich auch Muffs wird auch wahrscheinlich bald raus sein wenn wir noch weiter spielen ja da müssen wir gucken wie ich das dann mache ähm was wir aber jetzt machen können sind die Truhen öffnen denn wir haben jetzt den oberen Strang von Su's Mutters Tour nun ähm erfolgreich abgeschlossen das war die letzte Mannschaft die uns noch fehlte und äh ja dann machen wir unten weiter und dann zu der letzten Tour die man halt per Download bekommt aber wie gesagt das Download Video habt ihr euch hoffentlich angeschaut gut dann würde ich sagen öffnen wir nun die Truhe alle mit S-Rang bestückt somit können wir nun die Normal- und die Super-Rang-Truhen öffnen was haben wir in der ersten Truhe drin und zwar hau die Pille erhalten ich meine es wäre eine Technik und in Super-Rang haben wir Sam kann nun angeworben werden von den Raymans von den Raymans ja von den Raymans so gesehen von der Rayman Junior High ja aber dazu zu denen habe ich ja überall ein Video gemacht wie man die bekommt an Autoscouts wie man alle ähm bekommt weil die ja später zu Dark Emperors wurden und die kann man zurück abwerben und ja nun wirst du bescheid ich bedanke mich fürs Zusehen wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spiel also bis dann tschung 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 tschung